Hallo und Moin aus Wadenburg. Heute stelle ich euch unseren PAX Rettungsrucksack Berlin vor. Genug Platz und trotzdem schön kompakt. Unser Notfallrucksack Berlin bildet das Bindeglied zwischen unseren Wasserkupperrucksäcken und der Feldbergreihe. Er ist schön kompakt und bietet trotzdem genügt Platz für die Notfallausrüstung im täglichen Einsatz. Die Fronttaschen sind nach innen gesetzt. In ihnen und in den optional erhältlichen farbig markierten Klett-Innentaschen kannst du deine Ausrüstung thematisch getrennt und abgestimmt aufs ABC-Schema verstauen. Der PAX Berlin verfügt wie gesagt über Fronttaschen, die auch Innentaschen sind. Um den Rucksack schmal zu halten, haben wir sie einfach nach innen gesetzt. Du öffnest sie von außen mit einem doppelläufigen Reißverschluss. Von innen greifst du ebenfalls auf die Fronttasche zu. Bei Bedarf kannst du also über die Fronttasche in den Rucksackkorpus greifen, ohne ihn ganz zu öffnen. Infusionen und ähnliches verwahrst du in den dafür vorgesehenen Doppelreihen Schlaufen der unteren Fronttaschen. In die obere Fronttasche passen zum Beispiel Diagnostikmaterialien oder ähnliches. Im Korpus findest du zahlreiche Gummischlaufen, die du je nach Bedarf herausnehmen oder gegen kürzere austauschen kannst. So befestigst du kleinere Teile wie Beatmungsmasken schnell und unkompliziert. In den bewährten, fest im Rahmen angebrachten Klarsichttaschen verstaust du beispielsweise deine Handschuhe für den Schnellzugriff. Natürlich haben wir uns bei der Außenausstattung genauso viel Mühe gegeben. Verschließen. Dein Notfallrucksack Berlin hat oben und seitlich einen Handgriff. Die Schultergurte mit Streck-Versteckverschluss zur Schnellöffnung kannst du bei Bedarf austauschen. Und hier wie gesagt, wie man auch sehen kann, schön praktisch verstauen. Um deinen Rucksack vor Feuchtigkeit zu schützen, besteht der Boden auf Pax Lohn. Ist besonders abriebfest und leicht zu säubern. Wenn du zum Beispiel ganz weit draußen bist, steht er auf seinen vier fest vernieteten Füßen in sicherem Abstand zu Dreck und Nässe. Die Füße kannst du bei Bedarf auch selber austauschen. Oder wir machen das in unserem Reparaturservice für dich. Um die Schieber des Reißverschlusses vor Abnutzung zu schützen, parken sie bei geöffnetem Rucksack in einer Reißverschlussgarage. Einmal hier oben und auch auf der anderen Seite gut zu sehen. Geschlossen schützt dieser Garage die Reißverschlüsse vor Abrieb. Die Magnetvariante des Rettungsrucksacks Pax Berlin verfügen im Inneren über Magnete, die in die Rückwand eingearbeitet sind. Mit ihrer Hilfe kannst du deine Pax Innentaschen in der Magnetausführung schnell und unkompliziert im Rucksack fixieren. Außerdem begünstigt der Wegfall der Flausch- und Klettstreifen die Reinigung und Desinfektion aller Pax Magnetprodukte. Die Qualität unserer Materialien ist wirklich erstklassig. Geringes Gewicht, maximale Sichtbarkeit, zeitgenössisches Design und einfache Reinigung. Genau hierfür stehen unsere Produkte. Ganz getreu unserem Motto, it's all about performance. Der Rettungsrucksack Berlin ist in den Farben Rot, Blau und Tagesleuchtgelb erhältlich. Das war's von mir zum Pax Rettungsrucksack Berlin. Tschüss und bis zum nächsten Mal.